Hi, ich bin Barbara Jeschke vom GLS Sprachenzentrum in Berlin und ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, kommen Sie nach Berlin. Berlin ist eine so faszinierende Stadt, da ist so viel los, es gibt so viel zu tun und es gibt tatsächlich GLS, eine super Sprachenschule, wo man sehr gut und sehr spannend und mit viel Spaß Deutsch lernen kann. Ich freue mich, Sie zu sehen, hoffentlich bald.